Schön, dass Du wieder mit dabei bist, bei Deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart. Ja und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Heute geht es um die Libido und zwar genau um die Faktoren, die der Killer für die Libido sind. Und wenn Du jetzt in einer Partnerschaft bist, also hast Du einen Partner, eine Partnerin oder eine Liebesbeziehung, was auch immer, dann solltest Du jetzt genau aufpassen. Und für diejenigen, die jetzt Single sind, die dürfen natürlich auch aufpassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Prinz die Prinzessin bald um die Ecke kommt, ist natürlich auch verdammt groß. Und es gibt sie, die Faktoren, die die Libido wirklich extrem beeinflussen und zwar im negativen Sinne. Und wer ein gutes und vor allen Dingen auch ausgeglichenes regelmäßiges Sexualleben praktiziert, ist wissenschaftlich gesehen gesünder. Dem geht es besser. Der hat bessere Hormonwerte und vor allen Dingen eben auch mehr Lebenskraft. Und da geht es ja auch hier in diesem Podcast rum. Ja, lass uns direkt einsteigen. Was ist denn der Libido-Killer Nummer 1? Und da sind wir bei dem Alkohol. Ja, Du hast richtig gehört, mal 1, 2 Gläschen ab und zu sind nicht wirklich das Problem. Aber wenn Du regelmäßig zu viel Alkohol trinkst, also jeden Abend Dein Schöpfchen, dann ist das so, dass zwar die Hemmschwelle reduziert wird und bei dem einen oder anderen nach reduzierter Hemmschwelle ist vielleicht auch die Motivation größer, vielleicht auch mit dem Liebesspiel zu Beginn. Aber wenn Du langfristig zu viel davon trinkst, dann passiert genau das Gegenteil. Warum? Weil das die Erektion der Männer beeinflusst. Alkohol ist ein Gift. Ethanol, wenn das abgebaut wird, ist ziemlich giftig. Das wiederum stresst den Körper und das wiederum sorgt dafür, dass es Erektionsprobleme geben kann und hemmt eben dann eben auch langfristig gesehen die Lust. Der zweite Punkt ist, ja, wer zu viel Fastfood isst, zu viel Zucker isst, zu viel Salziges und vor allen Dingen sich zu schlecht ernährt. Und wenn demjenigen oder derjenigen dann ein Bäuchlein wächst, dann ist das nicht irgendwie so eine tote Masse, sondern gerade die Bäuche sind Hormonfabriken. Und je mehr Hormonfabriken man da aufgebaut hat, desto geringer ist bei den Männern der Testosteronspiegel und auch bei Frauen entsteht ein Ungleichgewicht. Und Testosteron ist das Hormon, was natürlich auch für Lust sorgt. Also, das Bäuchlein in Ehren, aber das macht keinen Sinn, gerade wenn du langfristig gesehen eine gut funktionierende Libido haben willst, ist das keine gute Idee, dieses Wohlstandsbäuchlein weiter zu füttern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du schlanker bist, mehr Sport machst, da komme ich gleich drauf zurück, was es mit dem Sport auf sich hat, dann funktioniert eben auch die Libido besser. Menschen, die ganz wenig schlafen und unregelmäßig schlafen, die haben auch ein Problem damit. Klar, in der Nacht regenerierst du natürlich und wenn das nicht mehr stattfindet, dann hast du natürlich nicht nur weniger Lust auf Sex und weniger Lust eben auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammenzukommen. Es ist einfach so, dass dein Cortisolwert, also dein Langzeitstresshormon, was dann ausgeschüttet wird, das ist so ein bisschen der Blocker für all die anderen Superhormone, die eben auch wichtig sind für die Libido. Also Schlafmangel ist dann auch ein Killer. Gerade bei jungen Eltern ist das natürlich auch oft ein Problem oder überhaupt bei Eltern, die eben Kinder haben, die noch klein sind. Ja, da hört man das ja auch immer wieder, da läuft natürlich dann gar nichts mehr. Ist auch verständlich, aber es ist natürlich auch da wichtig, sich einfach mal so ein paar Tools anzueignen, um eben wieder frühzeitig ins Bett zu gehen, um dann eine gute Schlafhygiene zu betreiben und so weiter. Denn der Schlaf ist enorm wichtig. Und wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und du kommst abends nach Hause und vom Schreibtisch gehst du direkt auf die Couch, dann wird da auch nicht mehr so viel passieren, weil die Lust geht dann quasi ins Minus. Und woran liegt das? Ganz einfach, weil dein Blutkreislauf, also auf gut Deutsch deine Durchblutung, extrem nach unten geht. Und wenn du zu wenig durchblutet wirst, ja gerade bei den Männern ist das natürlich wichtig, denn untenrum muss man gut durchblutet sein, damit die Libido noch gut funktioniert. Ja, und das sollte dann eben auch gewährleistet sein. Also wer nur auf der Couch rumliegt und sich kaum bewegt, der hat statistisch gesehen auch weniger Lust auf Sex. Im umgekehrten Sinne kommt natürlich dann jetzt der Punkt, den ich eben schon angekündigt habe, wenn du Sport treibst, das heißt regelmäßig Sport treibst und du mehr Muskulatur hast, eine bessere Durchblutung hast, dann hast du nicht nur andere Hormone in deinem Körper, also sprich mehr Testosteron, mehr Dopamin, mehr Serotonin, du hast eben auch eine andere Durchblutung. Und damit der Mann eine Erektion bekommen kann, muss eben auch die Durchblutung gut funktionieren. Im Übrigen bei Frauen ist das auch sehr wertvoll, denn dass die zum Orgasmus kommen können, hat eben auch ganz viel mit der Durchblutung zu tun und eben auch damit, dass sie eben ausreichend Sport machen, dann funktioniert das eben auch besser. Das sagt auch die Statistik. Also nicht nur auf der Couch rumlümmeln und nicht direkt vom Büro, vom Schreibtisch auf die Couch, sondern eben auch ganz gezielt mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Ja, der fünfte Punkt, und das ist so ein bisschen der absolute Killer für die Libido, ist natürlich die Superlative. Dieser letzte Punkt steht über allem, und das ist Stress. Wenn Menschen zu sehr im Stress sind, dann sind sie ja quasi auf der Flucht vom Säbelzahntiger, der ja heute das Büro ist, der Druck, die Vergleichbarkeit, all die ganzen To-dos, aber natürlich auch die Informationsflut, dieses Bescheiltwerden von Tausenden von Dingen. Und man hat dieses Gefühl, man wird dieser Flut einfach nicht mehr gerecht. Dann kommt natürlich noch Bewegungsmangel dazu und all die ganzen anderen Punkte. Und wenn du zu lange im Stress bist, ist dein vegetatives Nervensystem im Ungleichgewicht. Und gerade bei den Männern ist es so, die brauchen vom vegetativen Nervensystem beide Parts, um eine Erektion zu bekommen. Also sowohl den Sympathikus, der für den Antrieb zuständig ist, wie eben auch den Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist. Bist du also nur im Stress, dann wird das Ganze eben kaum noch funktionieren. Und bei den Frauen ist es auch so, wenn die nur noch im Stress sind, dann haben die natürlich auch wenig Lust, weil sie sind ja sinnbildlich die ganze Zeit auf der Flucht, um sich zu schützen. Also wenn du eine gute Libido haben möchtest, du möchtest mit deinem Partner, mit deiner Partnerin eben auch dieses Tool und ich rate es dir, lass es nicht einschlafen. Es ist super wichtig, es ist toll, es ist gesund und es ist vor allen Dingen auch großartig, wenn du es nicht einschlafen lässt, ja, nutze dieses Tool für deine Lebenskraft. Denn wenn du langfristig gesund werden möchtest und du vor allen Dingen ein wunderschönes Leben haben möchtest und du bist mit deinem Partner, mit deiner Partnerin glücklich, dann darf man das hegen und pflegen, wie eine kleine Pflanze. Und mein Impuls heute für dich ist, im, naja, ich würde mal sagen, physiologischen Bereich mal drauf zu schauen, wie viel Alkohol trinkt ihr denn gemeinsam? Wie sieht es denn mit dem Bäuchlein aus? Wie sieht es aus mit dem Schlaf? Wie viel Bewegung ist denn bei euch im Alltag wirklich vorhanden? Und vor allen Dingen, wie viel Stress habt ihr denn gemeinsam, beziehungsweise jeder für sich? Und an diesen Schräubchen kann man überall wunderbar drehen. Dann ist auch mit der Libido alles im Griff. Ja, ich hoffe sehr, ich konnte dich da so ein bisschen motivieren, vielleicht auch mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht. Ich empfehle dir, geh dieses Thema an, denn es ist schön und es ist wichtig und es gehört bei einer tollen Beziehung auf jeden Fall dazu. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der Umsetzung und empfehle gerne diesen Podcast weiter, wenn er dir gefallen hat und gib mir gerne einen Kommentar in den sozialen Medien, auch gerne bei YouTube, wie dir das gefällt, was ich hier mache. Ich wünsche dir einen superschönen Tag, von Herzen nur das Allerbeste, deine Kerstin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020